Das Foto mit Angela Merkel entstand nach dem WM-Finale 2014. Worüber habt ihr gesprochen? Über unsere gemeinsame geografische Herkunft. Frau Merkel und ich sind ja in etwa in der gleichen Region aufgewachsen. Sie hat das alles interessiert, ob meine Familie noch dort lebt und wie intensiv mein Kontakt in die Heimat ist. Dann erzählte sie, dass eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern anstünde und fragte, ob ich dazukommen wolle. Das habe ich natürlich bejaht, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet. Vor der WM 2018 habe ich sie darauf angesprochen. Eigentlich ein bisschen im Spaß. Sie sagte dann tatsächlich, ja, sie sind ja da mit der Familie in Madrid, da habe ich mich gar nicht mehr getraut nachzufragen. Also wirklich, Frau Merkel, das ist eine total angenehme Frau. Vielen Dank. Vielen Dank.